Es ist bewusst der Titel Liegekonzert und das zwar aus dem Grund nicht mehr, weil ihr liegt jemand da für euch ein Konzert gestaltet, in dem Fall ich, sondern es ist ein recht offenes Konzept, ein Konzert. Da gehe ich hin und horche mir etwas an, was mir vielleicht gefällt oder vielleicht auch nicht gefällt. Was mich bewegt oder was mich vielleicht nicht bewegt. Aber es gibt keinen klaren Auftrag und genauso möchte ich es auch handhaben. Wenn du geübt bist oder dir mit den Methoden der Meditation getraut bist, dann kannst du gerne meditieren, wenn das für du das machst. Wenn du reisen möchtest, gedanklich oder mental, dann voll gerne. Und wenn du einfach hinlegst und deinen Gedanken nachschweifst, voll okay. Das heißt, es sollte einfach drinnen so viel wie möglich Raum haben. Jeder hat seinen eigenen Zugang zu dem, wie er zu sich kommt. Und das, was ich hier vorne mache, kann auch Zugang sein, kann dem Zugang aber auch potenzieren. Das, was da heute passieren wird, ist rein improvisatorisch. Das heißt, es entsteht in dem Moment, für den Moment, für euch. Exklusiv.